Für uns ist es ja ein Pilotprojekt, wir haben das noch nie gemacht. Das wird sich zeigen, es ist ein Lernprozess. Für uns als SSK ist das erste Projekt BIM. Wir haben uns entschieden, dass wir das machen, auch wegen der Peury. Dann hat uns gesagt, wir würden uns gerne mit BIM machen und wir haben uns bereit erklärt, um das in unserem Projekt zu umzusetzen. Grundsätzlich sind die Gedanken, die man sich mit BIM machen muss, die genau gleichen wie in der klassischen Methode. Der Unterschied ist einfach, man macht es viel früher. Es sind verschiedene Herausforderungen. Wir machen sehr viele innovative Sachen hier, die man in der Schweiz oder weltweit noch nie gemacht hat. Und vor allem nicht in dieser Form. Für mich ist es extrem interessant, dass man dann schon Sachen löst und man sonst sieht, wen man auf dem Baustall ist und man sieht irgendwie, wie es passt nicht. Nun ist das sehr interessant, in der Familie habe noch erlebt, clap, diese Aus couldnapnen sind für den Ahl-W luft understand. Sie haben einen fits. Und dafür kann ich natürlich ein alltmerCom Coca einschauen leurserna Herein lavorieren und andere Metrover affiliationen wie Kaststich. Im- Wende sind offen. Wir haben einen нörpert, was da angezeigt, was ich finde es mal Tranquilia. Wir erwarten von BIM bessere Arbeitsabläufe, frühen Einbindungen durch unser Unternehmer und dass weniger Fälle passieren. Unter dem Strich ist man sicher noch schneller, weil man die ganze Absteckung noch einmal macht. Man kann es genau am Punkt, wo man es ausführt, abstecken und macht die Arbeitsabläufe sicher einfacher. Der Planungsaufwand, jetzt am Modell zu arbeiten, ist um einiges grösser, braucht auch mehr Zeit. Ich sehe den Nutzer im BIM, dass man schon mit allen Unternehmen am Tisch hockt. Und dass man Konflikte dort schon lösen kann, ohne dass der Gebäude schon gebaut ist und auch Kosten sparen kann. Wir können jetzt noch eine Lösung finden, wenn wir noch den gesamten Spielraum haben von den Lösungsmöglichkeiten. Jede Partei kann eigentlich sagen, doch, geht, geht nicht. Wenn man das gleiche Problem einfach viel später auf der Baustelle entdeckt, hat man natürlich das Problem, dass etwas schon geliefert ist, schon fabriziert ist und dann muss man eine Lösung finden mit dem, was einem übrig bleibt. Das gibt Kosten, gibt vielleicht einen Abbruch, Komplikationen, verteuertes Ganze. Die Massenbilanz ist sicher ein Vorteil, wir müssen nicht mehr rechnen, wir haben die Kubatur hinterlegt, wir haben das Material hinterlegt. Das Ganze mit dir kann man besser planen und die Logistik sicher besser steuern. Durch die papierlose Baustelle erhoffen wir uns, angefangen von der Arbeitsvorbereitung bis hin zu der Mengenermittlung, Bestellung und dann in der Ausführung, eine klare Produktivitätssteigerung, also effizientere Prozesse. Die grösste Herausforderung für mich und für das Baustellenteam ist natürlich, dass wir keine 2D-Plan mehr hatten, sondern nur alles auf 3D. Ich würde gerne Beton bestellen auf morgen. Genau, das wären die 9,8 Kubik. Wir haben effizientere Abläufe wie der Schalung bei den Absteckungen, und sehen, wie man das Ganze besser visualisieren kann. Und vor allem die Schalung hat man wirklich auf einem Tablet, welches Element wo, wissen Sie. Ich nehme das Ausmass und die Materialermittlung über das 3D-Modell, über Knopfbruch generiert, es spart man enorme Ressourcen. Im Bauablauf hat es praktisch keine Störungen gegeben, man konnte alles voraus planen, man hatte nie einen Nanderbruch, nur vorher gesehen. Ein weiterer positiver Punkt beim BIM ist, dass man es auch intern bei uns in der SCK sehr gut verkaufen konnte, gegenüber den Vorgesetzten. Die Leute sind eigentlich gut mit dem umgekommen, aber ich habe mich auf das Tablet hingelegt, ein, zwei Mal vorgemacht, und dann hat er es nach und nach gelernt. Durch das, dass wir es intensiv an den Modellen koordiniert haben, haben wir praktisch keine Änderungen gehabt. So meint der Werteausführungsplanung, aber jetzt auch oft der Baustellwerteausführung. Entsprechende Mehrkosten oder Terminverzögerungen haben wir somit nicht gehabt. Durch das BIM haben wir praktisch keine Umplanungen gehabt, und so konnten wir auch die Mehrkosten dementsprechend Grenzen halten. Ich bin wahnsinnig stolz auf das gesamte Baustellenteam. Wir haben hier gemeinsam Grossartiges erreicht. Es ist für die Strabag, aber auch für mich persönlich, der absolute Durchbruch, was BIM2Field angeht. Unsere erste modellbasierte Baustelle ist der Beweis, dass BIM auf der Baustelle angekommen ist und bereits jetzt enorme Mehrwerte für alle Projektbeteiligten mit sich bringt. Wir freuen uns auf eine spannende BIM-Zukunft.